Red Bull Leipzig Karriere Modus Wir sind am Start, heute Jubiläumsfolge Die fünfte und dementsprechend gibt es heute das erste Mal Mehr als zwei, beziehungsweise drei Spiele Nämlich vier Wir spielen heute im Pokal gegen Werder Bremen In der Liga gegen Werder Bremen, gegen VfL Wolfsburg Und gegen den FC Augsburg Und ich denke mal, das ist ein ziemlich straffes, aber ziemlich cooles Programm Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben Da würde ich mich tierisch drüber freuen Und wieder 1000 Likes knacken Schafft ihr das, kriegt ihr das hin für diesen Karrieremodus Ich würde mich tierisch darüber freuen Nächste Woche gibt es diesen Karrieremodus nur am Montag und am Donnerstag Eventuell wird das so gemacht, dass es den nur noch zweimal pro Woche geben wird Und Ultimate Team am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag Freitag, ja Dienstag, Mittwoch, Freitag und Montag, Donnerstag Karrieremodus kommt Wir gucken einmal kurz noch auf den Kalender, wie das Ganze terminell aussieht Wir spielen erst gegen den FCA zu Hause Dann spielen wir gegen Wolfsburg auswärts Gegen Bremen zu Hause und gegen Bremen noch mal zu Hause Im Pokal gegen Darmstadt werden wir eventuell simulieren Ich glaube aber eher nicht Ich glaube, das verschieben wir auf die nächste Episode In der es dann gegen Leverkusen, gegen Mainz und im Pokal denke ich mal weiter geht Ich bin gespannt, aber jetzt erstmal gucken wir uns noch mal unsere Jugendmannschaft an Und als erste Amtshandlung heute verpflichten wir Michele Esposito in unsere Rennfall Beziehungsweise, ja, holen ihn hoch in unsere Profimannschaft Das junge Talent aus unserer Jugend hat 64 momentan Hat dazu 94 Antritt, 94 Sprintgeschwindigkeit, 93 Beweglichkeit, 86 Ballkontrolle, Flanken 85 Schusskraft und 94 Fernschüsse Ich bin gespannt, was mit dem noch werden wird Wird er denn neue, schneller Andrea Pirlo? Wir werden sehen Wir gucken erstmal ganz kurz noch auf den Bericht der Jugendmannschaft Und auf für das Nationalteam abgestellte Spieler Das sind einige, insgesamt sechs Stück Aber das ist in Ordnung, weil die, ja, affektieren ja jetzt noch nicht unser Spiel Sayak ist 1559, das ist sehr, sehr ordentlich Genauso wie Hannes Schulze Bahran sieht nicht so stark aus Den lassen wir mal gehen, den Jungen Kaczmarek Ja, nicht ganz so geil, aber geht noch Und Kuhn sieht auch nicht schlecht aus Aber der Beste ist natürlich Esposito, gar keine Frage So sieht unsere Startelf aktuell aus mit Wellenreuter im Kasten davor Papadopoulos Halstenberg, bei dem man gesagt hat, er muss wieder spielen Klostermann, Demme und Co Allerdings wird sich da was ändern, denn ihr habt ebenfalls was bekannt gegeben Und zwar in der Abstimmung Und zwar, ja, in der Infocard Nach dem Spiel gegen Köln habt ihr gesagt, Lewicki soll unser neuer Stammsechser werden Beziehungsweise die Chance darauf bekommen Und die bekommt er heute auch Und außerdem spielen wir das erste Mal mit Felix Passlack als Rechtsverteidiger für Lukas Klostermann Ansonsten bleibt die Elf so gesehen gleich Und wir werden auf jeden Fall im Spiel nochmal einiges ausprobieren Sabitzer bleibt erstmal der Stürmer Neben Paulsen, Selke wird aber wieder seine Chance bekommen Und jetzt geht rein in die Partie gegen Augsburg per Simulation Da bin ich jetzt mal gespannt Augsburg hat bisher zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen Die letzten Spiele Sieg, Niederlage, Unentschieden Das heißt, alles mit dabei Spielen 4-2-3-1 und wir spielen zu Hause Das heißt, normalerweise sollten wir gute Gelegenheiten haben Beziehungsweise gute Chancen haben Dieses Spiel zu gewinnen Aber Schmid macht direkt das 1-0 Für den FCA war es natürlich alles andere Als schönes, wir warten bis zur Halbzeit Dann drücken wir auf Skip Und eventuell können wir vorher noch den Ausgleich erzielen Rashica holt sich Rashica, Entschuldigung, holt sich die gelbe Karte ab Wir haben bisher oft zurückgelegt Und wir verlieren 2-0 gegen den FCA Na, das ist natürlich gar nicht schön Damit bleiben wir trotzdem auf Tabellenplatz 4 Was definitiv ordentlich ist Aber wir haben schon die zweite Niederlage Und wenn man bedenkt, dass Augsburg eigentlich kein Top-Team ist Und Leipzig in Realität gar keine Niederlage hatte Ist das schon ärgerlich Allerdings haben wir auch eine gute Nachricht Und zwar hat Michele Esposito den Vertrag akzeptiert Und wird unser neuer Spieler werden Das heißt, er wird auf jeden Fall Jetzt gleich in dem Spiel gegen Wolfsburg mal zum Einsatz kommen Und wie ihr angekündigt habt Er hat nicht die Stats, die man hätte erwarten können Ja, das heißt, er hat keine 94 Antritt Keine 94 Sprintgeschwindigkeit Da wurden wir von EA ein bisschen verarscht Aber die Werte sind trotzdem alles andere Schlecht immer in 71 Fernschüsse Und der wird auf jeden Fall ab und zu mal Spielpacks bekommen Gar keine Frage Und wie sieht das gehört, wird er auch trainiert Erste Leistung ist in D Naja, aber ansonsten sind die Ergebnisse auch nicht so überragend Deswegen lassen wir es mal durchgehen Da wir Länderspielpause haben Haben wir noch die Option, ein zweites Mal zu trainieren Das machen wir auch Und Esposito steigert sich immerhin ein bisschen Und geht diesmal auf C Aber auch wieder hier sind die Trainingsergebnisse nicht super Aber wir haben sowieso schon den Stempel Erstklassige Jugendarbeit bei RB Leipzig aufgedrückt bekommen Von FIFA selber Und jetzt schauen wir mal, was wir hier so rausschlagen können Michael will verpflichten Weil mal, er sieht nämlich gar nicht so schlecht aus 54 bis 68 Das heißt, er dürfte so ungefähr um die 60 haben jetzt Mit seinen 17 Jahren Potenzial ist nicht ganz so krass Aber geht trotzdem So, ansonsten Der Kollege ist nicht so stark Und Robert Schäfer könnte eventuell noch interessant sein Den Weber kann man vergessen Und Schäfer, ja, doch Den nehmen wir mit Und auch in Polen werden wir tatsächlich fündig Und zwar mit der Jozef Schimanschki Einem 1,83 großen Außen- und Innenverteidiger Ist interessant Und dazu mit Andrzej Kaczmarek 1,68 groß Und Stürmer oder Außenbandspieler Kann man aber mit leben Sieht nicht schlecht aus Und guckt mal, wer wieder da ist Timo Werner Möchte mal wieder von Anfang an spielen Er ist wieder fit Und dementsprechend wird er natürlich auch seine Chance bekommen Allerdings nicht von Anfang an Das ist mir noch zu riskant Bin mal gespannt, wie es jetzt laufen wird Wir gehen in die Partie gegen Wolfsburg Einige Änderungen wird in der Startelf wieder geben Keine Sorge, wir spielen auch im Pokal Das heißt, ihr werdet Passlack auch spielerisch in dieser Episode noch sehen Aber jetzt heißt es erstmal dreifach Punkten Und zwar auswärts gegen den VfL Vamonos Auf geht's Freunde Schmuddelwetter in Wolfsburg In der VW-Arena Sind die Fans ausnahmsweise mal richtig top gelaunt Vor dem absoluten Kommerzduell Gegen RB Leipzig Das ist mal eine Partie Autos gegen Getränkedosen Ich bin gespannt Normalerweise eine klare Sache für die Autos Weil die könnten uns einfach platt fahren Aber das wollen wir natürlich nicht zulassen Mario Gomez Der Stürmer, vor dem ich am meisten Angst habe Bei VfL Gar keine Frage Denn er hat die Qualität uns definitiv einen einzuschenken Wenn es sogar Josip Drimic In der letzten Episode schon geschafft hat Der VfL mit Benayo, Trash, Brümer, Wolscheid, Rodriguez Luis Gustavo, Gilavogi, Draxler, Didavi, Blaschikowski und Gomez Also wie man sich in FIFA erwarten kann Die besten Ratings eben Muss aber nicht zwingen was heißen Luis Gustavo, Mr. Movember Ist mittlerweile wieder kahl geschoren Und wird hoffentlich heute ordentlich kassieren Selke bei uns in der Startelf Genauso wie auf der rechten Seite wieder Klostermann Innenverteidigung besteht weiterhin aus Papadopoulos Und selbstverständlich Willi Orban Vorne drin Ja, haben wir dementsprechend jetzt Rashica rausgenommen Sabitzer auf A10 Beziehungsweise Außenposition Ihr habt gesagt Forsberg ist da nicht richtig aufgehoben Auf der linken Seite Besser im Zentrum Ist richtig Aber da haben wir einfach keinen Spieler Beziehungsweise da Die Position gibt es bei uns einfach nicht Von daher mal sehen Wie er es so machen wird Erster Ballbesitz Beziehungsweise Ballgewinn Das geht gut los Keiter auf Selke Schöner erster Schuss Der schießt sich dementsprechend Heute mit ein bisschen mehr Zielwasser warm Hier ist ja auch nass Und dementsprechend Hat er eventuell hier bessere Chancen Mal zu treffen Aber Binalio verwehrt das erstmal Paul ist mit der Balleroberung In der gegnerischen Hälfte Tief in der gegnerischen Hälfte Forsberg Das sah nicht schlecht aus Fast hier das 1-0 Wir sind nah dran Aber das muss man dann irgendwann halt auch machen Wenn man ganz ehrlich ist Auch wenn die Chance nicht so groß war Aber dafür war es recht knapp Ja, Freischsituation Normalerweise was für Forsberg Aber den setzen war ein Und zwar Kurt Selke macht das da sehr sehr gut Gegen Trash Die Flanke Aber da ist keiner in der Mitte Das wäre dementsprechend Sowieso ungefährlich gewesen Aber blöd Dass er dann auch noch Direkt in die Arme Von Binalio kullert Vielleicht direkt wieder Balleroberung Äh, nee Diesmal nicht Oh nein, 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 nein Paulsen wäre dann noch ab Jetzt Wellenreuther Konter einleiten Selke, komm Jawoll Kopfball-Duell gewonnen Aha Sabitzer Ballverlust Nein, haben wir noch Haben wir noch Aber immer noch Paulsen So Und der Konter Das wäre sehr bitter gewesen Hätten wir aus diesem Eckball jetzt ein Gegentor kassiert, weil der war echt unnötig. Ach, Mann. Bisschen zu ungenau von Emil. Oje, Gomez in der Mitte total frei. Zum Glück können wir das abwehren, aber jetzt gerade ist Wolfsburg ein bisschen am drücken. Muss ich ganz ehrlich sagen, die werden gerade stärker. Müssen wir natürlich irgendwie, ja, antworten. Am besten machen wir das mit einem Tor. Das ist Paulsen. Paulsen in den Lauf von Keita. Das sieht gut aus. Jetzt raus in den Lauf von Sabitzer. Der war ein bisschen zu optimistisch gespielt. Rodriguez ist halt auch ein klasse Verteidiger, aber den dürften wir wieder haben eigentlich. Jawohl. Paulsen steht da. Hat ein bisschen, ja, Bedrängnis. Allerdings macht er das da sehr, sehr gut. Dreht sich zurück. Jetzt auf Halstenberg, der mal wieder mit aufgerückt ist. Da ist Selke, der mit der Hacke auf Sabitzer. Das war ein bisschen zu verspielt, beziehungsweise zu wenig Druck dahinter. Aber Wolfsburg wird jetzt wieder nervös. Ecke mal kurz. Auf Nabi Keita. Die Flanke. Und hinten steht Paulsen. Paulsen kommt nochmal. Jawohl. Nein. Vinalio kann es verhindern. Nochmal Sabitzer. Hält den Ball irgendwie im Spiel immerhin. Kein Abstoß. Ah, das wäre es natürlich jetzt gewesen. Einfach aus Spitzenwinkel da, das Tor gemacht. So bleibt es weiter interessant mit einem 0 zu 0. Forsberg. Komm, raus auf Halstenberg, der wieder sehr aktiv ist in der Offensive, sich gut einbringt. Das ist Paulsen. Schöner Roulette zu Halstenberg. Der kann sich durchsetzen. In der Mitte zurück zu Paulsen. Ah. Wolfsburg schwimmt richtig. Halbzeit in der VW-Arena. Es geht noch mehr. Und wir schaffen das im zweiten Durchgang. Ich bin mir sicher. Auf geht's. Wir bringen mal Timo Werner auf außen rein. Und Sabitzer geht dafür vom Platz. Mein Lieblingsspieler für den Schwalbenkönig. Mal sehen, wie das läuft. Davi. Man, das ist so schlecht verteidigt. Aber ich verstehe auch nicht, warum da keiner steht. Das ist übrigens das unrealistische gesehen, was man da, die Davi hätte geben können. Gomez mit dem Ball in der Mitte und irgendwie rücken sie alle raus. Der Schuss ist klasse. So. Scheiße. Aber wir können mit Rückständen umgehen. Das haben wir bereits bewiesen. Gegen Top-Teams wie gegen Gladbach. Werner, das war nicht gut. Schöner Ball von Paulsen auf Timo Werner. Werner im Sechzehner lässt sich da nicht fallen. Paulsen! Ausgleichstreffer! Jawohl! Der trifft momentan, wie er will. Siebte Spiel und das fünfte Tor für Yusuf Paulsen in der Bundesliga. Ganz stark gemacht von Werner, der da parallel zur Torauslinie läuft und dann in die Mitte gibt. Paulsen aus der Drehung direkt. Benalio chancenlos. Wir sind wieder da. Ne, Vicky, von dem wir bisher noch nicht viel gesehen haben, aber hat hier auch keine Anspielstation. Holt sich den Ball Gott sei Dank direkt nach dem Verlust wieder. Keita, Paulsen, Forsberg, Selke, ne das war Werner, Entschuldigung. Und Ballverlust gegen Gilavogi. Die stehen hinten jetzt wieder gut. Gerade eben standen sie einmal kurz unsicher. Das hat sich direkt bezahlt gemacht für uns. Das heißt, wir müssen die zwingen, wieder unsicher zu stehen. Schöne Balleroberung fast von Levitsi. Der bleibt da aber dran. Holt sich den Ball. Aber da steht da keiner. Trotzdem sehr guter Einsatz auf jeden Fall. Auch wenn er ein bisschen kaputt ist schon. Und demnächst ausgewechselt wird. So, Rashica wird geschickt und der ist schnell. Geht in die Mitte vorbei an Rodriguez. Jetzt in den Lauf von Yusuf. Pausen, 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 Pausen! 2-1, 79. Das gibt's doch nicht. Der Junge ist so eiskalt. Rashica mit der Vorlage. Und so schnell kann das gehen. Schön direkt gespielt. Und hier der Laufweg. Der ist genial. Vorbei. Und dann steht da hinten, ich glaub Gustavo ist es. Ne, brühe. Ich hab keine Ahnung. Hier, aber wir haben das abseits auf. Und dementsprechend steht's. 2-1, weil Bialio es nicht verhindern kann. Geil. Herrlich. Kaiser eingewechselt für Leviki Rashica. Ah, schade. Da wär jetzt direkt mal das 3-1 gewesen. Aber jetzt nochmal Wolfsburg mit der Kontergelegenheit. Schön. Papadopoulos abgelaufen. Oh, Gottes Willen. Was war das denn? Nein! Nein, nein, nein. Wellenreuther, steh auf! Oh, 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 oh. Gott sei Dank. Das, oh, nee. Immer noch nicht geklärt. Was ist denn hier los? Jetzt aber. Immer, oh, Gott. Komplette Verteidigung hier. Und jetzt ist Wellenreuther da. Und jetzt haben wir die Konterchance. Und da seh ich schon einen. Ich weiß nur nicht, wer das ist. Das ist Werner. Der Ball kommt nicht zu Werner. Jetzt kommt der Ball zu Werner. Und der ist doch normalerweise schneller als Wolscheid. Den hat er sich ein bisschen zu blöd vorgelegt. Und nein, letzte Chance für Wolfsburg. Ausgleich. Ausgleich. Vierinja, oder wer? Ja, Vierinja. Ah, verdaddelt am 16er. Verdaddelt am 16er. Keine Ballkontrolle. Und Vierinja mit der zweiten dicken Chance, mit dem zweiten wuchtigen Schuss, nutzt das aus. Wie bitter. Halstenberg kriegt ihn hier nicht richtig raus. Klostermann. Und der Portugiese. Scheiße. Ich sage mal so, mit einem Punkt in Wolfsburg können wir definitiv zufrieden sein. Allerdings war mehr drin. Wir sind zurückgekommen wieder mal nach 0 zu 1. Aber diesmal haben wir dummerweise noch das zweite kassiert. Und das darf normalerweise nicht passieren. Naja, wir dürften weiter trotzdem oben stehen. Und das ist immerhin schon mal ordentlich für den Aufsteiger. Zurück in die Zentrale, würde ich mal sagen. Paulsen, du hast gut gespielt. Da kann man absolut nichts gegen sagen. Das nächste Training in dieser Episode. Direkt mal hinterher geschoben. Und wieder schlechte Ergebnisse. Mann, aber immerhin steigt erst passiert und direkt schon mal in zwei Werten. Gegen den 15. aus Bremen, die zuletzt unentschieden, unentschieden und verloren gespielt haben. Das ergibt keinen Sinn. Aber ist mir egal. Spielen wir mit unserer potenziellen A11. Orban, Klostermann, Papadopoulos, Halstenberg, Demekater, Sabitzer, Forsberg, Werner Paulsen. Das ist zumindest vom Rating her das höchste der Gefühle. Da bin ich jetzt mal gespannt. Okay, Wellenreuther können wir setzen. Aber das lassen wir natürlich. 4-4-2 spielt Bremen. Wir haben zuletzt in der Simulation verloren gegen Augsburg zu Hause. Ich hoffe, das wird sich jetzt nicht wiederholen. Kruse per Elfmeter. Das kann doch nicht wahr sein, dass wir jetzt hier das zweite Spiel in Folge in der Simulation zu Hause verlieren. Normalerweise sollten wir zu Hause stark sein. Das ist vielleicht, weil wir auf Legende spielen, weil unsere Ratings nicht so hoch sind und vor allem, weil der Computer nicht weiß, dass wir so stark sind. Immerhin Punkt. Immerhin 1-1. Paulsen erholt mal wieder den Punkt, selbstverständlich. Pierre-Emerick, Oberme, Paulsen. Bisher in der Saison absolut verlässlich. Training, ja, wird besser. Es passiert doch mit einem B und Selke mit einem A. Das sieht gut aus. Ausgerechnet mein Lieblingsspieler will uns eventuell verlassen. Marcel Sabitzer ist nicht zufrieden mit seiner Situation und hat Heimweh nach Österreich, dass nicht so weit weg ist. Blöd. So, und jetzt geht's in den Pokal. Behaltet mal diese Elf in den Kopf und vergleicht sie mit der gleich. Vamonos. Pokal gegen den SV Werder in der Red Bull Arena. Die ist natürlich ausverkauft vor dieser Partie. Das wird auf jeden Fall eine spannende Kiste, denn im Pokal ist alles möglich. Und auch wenn Bremen bisher eine sehr schlechte Saison hat. Gerade eben haben wir uns auch einen Punkt abgehoben zu Hause. Und im Pokal, der hat nochmal ganz andere Regeln. Wir spielen mit Gulashi, Pastlak, Kompär, Ilsanca, Henrichs, Demeleviki, Berg, Lazaro und vorne drin mit Selke und Rasica. Vor allem für Selke natürlich ein ganz besonderes Spiel, aber auch für Berg oder für Pastlak, der sein Startelf-Debüt gibt. Ich bin gespannt, wie es mit BF laufen wird. Bremen mit Drobny, Igebre Selassi, Moisander, Sané Garcia, Bartels, Barkfrede, Radovanovic, dann auf der linken Seite Kainz und vorne, Kruse und Pizarro. Das ist schon eine sehr, sehr starke Elf. Muss man zugeben, auch von den Ratings her. Trotzdem soll uns das nicht aufhalten. Wir wollen gewinnen und da auch mit BF Rotation. Muss nicht zwingend schlecht sein. So, da haben wir direkt mal Lewicki und der geht direkt mal. Schöner Ball auf Rasica. Der wäre schneller gewesen, aber Garcia bringt seinen bulligen Körper da rein und verhindert so, dass wir aufs Tor zu gehen. Davy Selke macht das 1 zu 0. Er entschuldigt sich dafür, selbstverständlich vor seinen ehemaligen Fans. Die Red Bull Arena tobt und das war viel zu einfach. Klostermann. Ein Ball auf Rasica, der auf Selke, der direkt und keiner kann was machen. Krass. Rasica macht das gut. Die Flanke, da steht Selke in der Mitte. Nochmal Rasica, Rasica abgewehrt. Aber Bremen ist in der Anfangsphase hier hinten ganz, 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 ganz unsolide. Also da geht einiges. Oh, viel Platz für Berg. Der macht das richtig gut. Berg, das wäre es gewesen. Hätte der jetzt hier direkt sein Tor gemacht im Pokal. Aber wir sind ja immer noch erst 20 Minuten in der Partie. Es bleibt ja noch ein bisschen Zeit. Selke, das ist viel zu einfach. Warum bin ich nicht alleine gegangen? Warum habe ich abgespielt? Ich weiß nicht, wen ich da gesehen habe, aber da war wieder mal keiner. Typischer Selke-Pass. Wir kennen das ja bereits aus der vorletzten Episode. Jetzt wieder der Doppelpass eventuell mit Rasica. Jawohl, sehr schön gespielt. Selke! Oh, das wäre es gewesen. Oh, faul. Wird nicht gegeben. Okay. Ich dachte auch, ehrlich gesagt, der Österreicher auf der linken Seite wäre ein Problem. Aber er ist keins. Ach, komm. So, Freistoß kurz vor der Halbzeit. Pizarro, das Ding geht rüber und bisher hat Bremen wirklich keine vernünftige Chance gehabt. Das ist sehr, sehr, ich sag mal, erfreulich, denn wir haben dementsprechend kein Tor kassiert und das soll auch bitte so bleiben in dieser Partie. So viel dazu. Wir haben es uns selber vorgelegt und das hat genau 20 Sekunden in Realität gedauert, bis Finn Badels das Tor macht. Und an wem lag es in der Situation? An diesem Ballgewinn von Marvin Kompär? Ne, wer war es denn? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Das Dunkelleutig. Lazaro? Ne. Henrichs? Ah, hm. Na, klasse. Stand auch nicht auf seiner Position. Dementsprechend ist Badels da frei. Wir hatten die Geschichte so im Griff und wir können wieder nicht zu Null spielen, weil wir wieder so einen dummen Fehler machen. Das ist unglaublich. Dann halt Durchgang 2. Berg stellt der Klasse den Körper rein. Ganz schwanger Pass von Selke. Kennen wir ja. Oh, Lazaro auf Henrichs und der hat jetzt mal ein bisschen Platz da auf der Außenbank. Och, mach doch einen Übersteiger. Egal, immerhin ein Eckball mal und der wird reingebracht von Lazaro. Das hat mal mit Lewicki ganz gut geklappt. Mal sehen, wie es diesmal funktioniert. Ecke kommt, da ist Rashika, legt ab und der Berg kommt nicht richtig hin. Ball schließlich geklärt, Henrichs. Oh, das war aber richtig schwach dagegen Claudio Pizarro. Jetzt hat Bremen noch weiterhin die Konterschance. Wer geht dazwischen? Schafft der mit dazwischen zu gehen? Ja. Ne. Doch. Sauber. Richtig gut. Und direkt wieder die indirekte Konterschance für uns. Dämmert aber keine Energie mehr. Oh, der Pass hätte echt von Selke sein können. Der Pass war tatsächlich mal gut. Lazaro ist schneller als Moisander. Lazaro ist viel schneller als Moisander. Lazaro ist viel beweglicher als die Werder-Defensive. Und Lazaro macht nicht das 2 zu 1. Ganz wie auch immer er den in der Situation daneben hauen kann. Oh Gott, das war so gut gemacht hier in der Situation. Und dann fehlt ihm das minimale bisschen Präzision. Scheiße. Wellenreuter. Ne, Quatsch. Gulaschi hält mal. Entschuldigung. Das hatte ich jetzt verwechselt. Warum rollt er den nicht? So können wir natürlich kein Tempo aufnehmen. Aber eventuell können wir trotzdem den Konter fahren. Über Lazaro. Der hat nicht mehr so viel Energie. Aber Gott sei Dank Garcia auch nicht. Schöner Berber-Spin. Und jetzt der Seitenwechsel. Ja, Berg. Der kommt nicht an. Aber Keita bekommt ihn. Und der raus auf Pass lag. Der vielleicht mit dem Doppelpass mit Berg. Warum spielt er den zu Selke? Weil der Pass wieder vor die Mitte kommen können. Oskar Lewicki. Oh Mann. Ich weiß erstens immer noch nicht, wie man den ausspricht. Und zweitens verhindert Droppen hier sein nächstes richtig schönes Tor. Oh, der wäre so schön in den Winkel geflogen. Naja gut, nicht ganz. Aber trotzdem bitter. Nochmal Sabitzer. Vielleicht die letzte Chance auf Lewicki. Nein, da sollte der nicht hin. Aber Keita. Oh Mann. Warum? Warum ist diese Passgenauigkeit so unglaublich schlecht? Da sollte der Ball selbstverständlich nicht hin, sondern raus auf die rechte Außenbahn. Stattdessen spielt er ihn in den Rückraum. Total abwegig. Und deswegen vergeben wir hier vielleicht die letzte Chance zu kassieren. Mit die Alpha jetzt noch einer. Klasse. Kruse. Die Flanke. Abgewehrt. Gott sei Dank. Verlängerung. Wir bringen noch einen Routiniere hin zur Verlängerung. Und zwar Kaiser für Lewicki, der ein gutes Spiel gemacht hat. Vielleicht kann der uns die entscheidenden letzten Prozente geben. Oh, da ist Rashika. 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 Der macht das richtig gut. Haha Mann. Da war der letzte im Weg noch. Die Flanke. Und da steht Selke. Abseits war es wahrscheinlich. Wird nicht gepfiffen zumindest. Und wir kriegen einen Einwurf. Welke. Schön. Oliver Berg. Oh, das war ein Schuss. Wenn das eine flache Flanke gewesen wäre und ich das geplant hätte, wäre das gut gewesen. Aber als Schuss war das nicht gut. Und Bremen steht komplett offen und Rashika hat die Gelegenheit mit dem Konter. Wir müssen es jetzt nur ausnutzen. Ich soll doch mal auf Konter stellen eigentlich. Fällt mir gerade mal so auf. Ich weiß nicht, warum sie hinten so offen standen. Aber jetzt sind sie mittlerweile auch wieder da. Trotzdem macht Rashika das richtig gut. Der Ball auf Oliver Berg. Oliver Berg. Ich habe mich drinnen gesehen. Oh Mann. Dominik Kaiser. So, und jetzt haben wir absolute Überzahl. Absolute Überzahl. Selke, Lauf. Und jetzt ein guter Pass. Das war auch wieder scheiße ausgespielt. Das war mein Fehler. Gar keine Frage. Das war einfach Dummheit. Sabitzer. Der ist noch frisch. Der hat noch Energie. Sabitzer. Sabitzer. Raus auf Berg. Ach, ich sollte vielleicht einfach diese komplizierten Pässe lassen. Dann würde das vielleicht alles hier funktionieren. Schöne Ballerung vom Passlack. So, jetzt in Rückraum. Wieder in Rückraum. Und jetzt schieß einfach mal. Ne. Da kommt dann Zaneda dazwischen geflogen. Aber Keita ist da. So, und jetzt der Ball auf Selke. Und der muss es jetzt machen. Davy Selke. Selke macht's. 118. Minute. Und jetzt darf er auch jubeln. Halleluja. Herrliches Tor. Mit dem schwachen linken Fuß. Und ich bin absolut erleichtert. Weil das war bitter nötig. Elfmeterschießen wäre ganz, ganz anstrengend geworden. Droppen, die kann nichts machen. Und Keitas Ball gewinnt. Entscheidet hier. Und damit ist Schluss in der Red Bull Arena. Wir gewinnen mit 2 zu 1 im Pokal gegen Werder Bremen. Und ziehen einen in die nächste Runde. Ganz, ganz enge Partie. Ganz, ganz knappe Geschichte. Aber am Ende können wir hier als glücklicher Sieger vom Platz gehen. Davy Selke ausgerechnet der Ex-Bremer mit zwei Toren, der uns hier eine Runde weiterbringt. Und ich bin sehr zufrieden damit. Wir können zurückgehen und uns wieder auf die Liga konzentrieren. Das war auch verdient. Keine Frage. Bayern gewinnt gegen 60. Oh, interessantes Spiel. Und ansonsten scheint es keine Überraschung gegeben zu haben. Nö. Nicht wirklich. Wir machen noch die Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Darmstadt. Motivieren unsere Jungs. Und damit enden dann diese Episode. Ich hoffe, euch hat das gefallen heute. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da würde ich mich drüber freuen. Wenn wir 1000 Likes mal wieder schaffen. Checkt auf jeden Fall die Links in der Beschreibung. Und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder mit den Spielen. Unter anderem gegen Darmstadt 98. Dazu im November gegen Leverkusen. Gegen Mainz 05. Und je nachdem, was hier noch kommt. Gegen Freiburg oder eben nicht. Ich hoffe, das gefällt euch. Wenn ja, dann zeigt es mir. Und sonst binge ich euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.